So, dann wollen wir unser Bock nicht mehr machen, ne? Fangen wir an mit dem Kohl aus Bad Salzungen, ne? Weg ist er. Und weg ist er, ne? So. Wo? Wo ist er? Da bist du? Komm mal her. So. Bist du der Nicole Vogel? Ja. Und so. Ja, alles gut. Hier geht's schon mit dem Kohl, ne? Wollen wir nach der Nummer gucken? Wollen wir mal nach der Nummer gucken? So. 19,63 Stimmen. Der blaue Ring muss noch ab. So. Alles gut? Na, komm her. Habe ich die aufgezeugt, du? Ja? Habe ich die aufgezeugt, ja? So. Auf geht's, ne? Hm? So. Komm her. Hallo. Hm? Komm her. So. Was machst du denn? Hm? So. Was machst du denn? Ah. Hallo. So. Na ja. Was soll das denn? Hm? So. Hallo. Sindst du? Hm? Sindst du? Komm her. So. Hallo. Hm? Was meckerst du hier rum? Hm? So. Was meckerst du hier rum? Gehst du jetzt ab in die erste Box. Ab mit dir. So. Das war die Nummer eins. Jetzt kommt die Michaela dran. Jetzt kommt die Michaela dran. Aus Leerte. Ja. Ich hoffe, das bist du, ne? Ja. So. Die Michaela dran. Alles gut mit dir. Geht auf die Reise, ne? So. Hm? So. 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 Jetzt fliegen wir mal ein bisschen eben, ne? Ja. Ja. Da üben wir mal ein bisschen hin. So. So. Musst du auch noch einen Ring abhaben? Nein. Du bist komplett, ne? Ja. Ab mit dir. So. So. Und dann kommt der Kostler. Die Susanne aus Iran. Die Susanne aus Iran, ne? Die bekommt den kleinen Weißen, ne? Ja. Da hab ich ihn noch gesehen, ne? Da hab ich ihn noch gesehen, ne? So. Wo hast du dich versteckt? Aua. Hm? Da hab ich ihn oben noch. Hm? So. Da hab ich ihn noch. 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 So, du bist so gesund, ne? Alles gut, ne? Heute wird ihr ein bisschen Hunger eingepackt, ne? Heute geht's ein bisschen höher auf die Reise, ne? So, hallo, komm her. So, Willi, willst du auch mit verreisen? Ne, ne? Willi will hierbleiben, ne? Willi, willst du hierbleiben? Ne? Ja, ne? So, alter Willi. So, komm mal her. Ich guck mal den Ring ab. So, ab. Ja, wir waren. So, wollen wir euch nochmal zeigen, ne? Oh, da wird jetzt weggerau. So, laufen oder was? So, dann fangen wir nochmal an. Das ist der Sandvogel für den Iran. Ja? Ja? Zeigst du dich nochmal? So. Ja? So. Ja? Guck dir so richtig, ne? Gut. Und dann kommt noch Michaela aus Werte. Werte? Ist da einer drin? Ist da einer drin? Ja? So, hm? Zeigst du dich nochmal? Ja? Ja? Zeigst du dich nochmal? So. Und dann kommt noch? Ja. Da müssen wir nachkommen. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal, ne? So. Alles gut? Das ist der letzte, ne? So. Ich guck mal. 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 Vielen Dank.